Gut, da geht es heute mit Goldfighter und zu zweit. Auch du willst den Wald heute spielen? Ja, oder hat es jetzt irgendwas anderes vor? Nö, alles gut. Ich dachte, wir gucken uns vielleicht mal die anderen Modi an, aber wollen wir uns hier morgen wahrscheinlich angucken, ne? Wenn dann... Ja, dachte ich jetzt, das wäre sonst wieder blöd, wenn wir dann wieder alles wissen und sie nicht. Aber sie weiß doch sowieso schon alles. Sie kennt auch schon wieder alles. Mir ist es egal, wie gesagt, es ist jetzt eine Lobby. Wie gesagt, nur eine kleine Anmerkung. Wir sind jetzt heute mal ein bisschen zu zweit. Deswegen spielen wir heute nicht viel. Morgen sind wir nur zu dritt. Mit vier müssen wir doch ein bisschen warten. Aus privaten Gründen, denen wir nicht näher kommuniziert werden, weil es niemanden angeht. Nur, dass wir da schon Bescheid wissen. Das kann also ein bisschen... Können wir nicht starten? Ja, ja, ja. Starte, wie du das möchtest. Ich dachte halt nur erstmal Wald, weil das ist eine ziemlich einfache Strecke erstmal, dass wir es nicht gleich wieder mit irgendeinem... Ja, gut, es ist die letzte Bahn, die so ein bisschen wurmt. Ich muss dann noch einmal eine Kopfschmerz, damit in dem Weg geht es heute auch schon wieder nichts los. Ich habe heute mal vom Qualify-Me-Sin-Gestafen. Ich auch heute früh nochmal hingelegt. Ich bin ja heute irgendwie... Wir haben ja um 39. Arzt-Termin wegen der Katze. Ich denke mich doch. Ich hätte jetzt mal vor den Mann gespielt. Und wieder. Kack, na ja. Kauge. Na, aber die kriege ich auch noch hin. Jawohl. Jetzt mal bei dir vor den Mann. Durch die, wo wir die gespielt haben. Hm. Naja. Nein! Die ich war wieder raus! Ich war ein bisschen zu schnell. Ich auch. Und ich bin sogar aus dem Loch raus direkt über den Kurs. Ja, habe ich gesehen. Ich bin halt nur über das Loch geöffnet. Ich bin ja auch. Ich bin ja auch. So, dann machen wir das mal zumindest. so jetzt aber die 3 dabei woge ich habe nur boge aber ich muss noch einmal legen scheiße für gestoppt worden von dem und das ding das ist das jetzt ein paar gespielt damit wollen wir nicht ich bin für den ding noch angehalten worden natürlich auch durch gewesen man kann übrigens auch habe ich auch gesehen in den einstellungen auch die ballform ändern so beim party modus und so kannst aber noch kann man ja morgen weil wir für würfel durch die gegend schieben oder so was ich habe später wieder raus 2 bis man das um drüber gehört das wird auch ein hoher mann gewesen theoretisch ist es möglich ja es ist auch aber gut erst sehr schön gesetzt ich probiere jetzt mal rein zu setzen hinfort zu setzen so habe ich dich nicht getraut den oben drüber zu sitzen meiner weise kann wir versuchen gerade drüber zu setzen aber nicht so schnell manchmal das ist ich war fast der rutscht dann wieder runter weiß das ist nicht wahr zu schnell weil das von der schanze darunter gerutscht wieder von dem ding das ist nicht ganz schön ja 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 ich auch du auch ich ja auch ja du musst nur durchkommen du musst hinten das sind doch doch treffen dann rollt er doch durch es gibt die drecks web das ist nicht wahr da kriegt er die noch da oben rum so schlecht war der gar nicht die hatte man noch nicht da springt er wieder oben raus ich hätte auch geschafft auf die zwei waren möglich ja aber wir sind immer so knapp vorbei ich frage mich wie man hier wirklich ein hole in one schaffen will theoretisch hast du das du musst du um die über die chance da müsste irgendwie rein rollen das ist wie viel theorie könnte hätte würde warte mal wie geht der jetzt rüber gottchen ich muss jetzt auch nein ich bin ich rechtzeitig rüber muss darüber ja ich weiß ja ich muss zu dem widerlegen ich war kakt welcher überraschung sieben schläge das haben wir wieder raus es bleibt da nicht liegen oder ich habe aber keine kollisionen an ja ich weiß ich jetzt über deine als reingehmeiner ist rüber weg und wieder raus also bei mir springt er jedes mal wieder raus das fängt jetzt wieder die ganze scheiße von vorne an ach jetzt ist schon etwas vorbei natürlich ach zu knapp volle kraft so haf so haf so haf so haf so haf ja der wird dahinter ok ich bin in diese in diesen graben dazwischen gefallen ja ja frage ich jetzt habe ich das richtig nein ok so viel zum thema dazu ich lag oben aber ich bin in das falsche loch gefallen oben so hier hinter will ich auf jeden fall erst mal bürde bürde die die zumindest ja ich spür war ich versorge mir gerade richtig die runden geht wieder zurück geht es zu doll also ich komme nicht raus ach man ja du ich bleib hier drin hängen beim glück fährt er wieder zurück mach doch von der seite rein geht nicht doch kommt doch recht ist doch noch nicht durch doch kommst dadurch dadurch kommen sie springt er wieder raus das geht schon wieder los hatte wir die tolle mit die als wir jetzt mal so richtig was saut oh mein gott versuchte Nein. Oh Mann. Sechs Schläge. Ich auch nur. Weil er jedes Mal noch irgendwie auf dieses Ding rollen musste. Aber es hat sie 14 Feuer. Und ich hatte ein anderes Ding. Ich verstehe. Und ich habe ihn noch ein. ich komme nicht durch weiter weil der jedes mal ich drüber wegfeuert es gibt auch schon wieder los ich habe jetzt schon kein es hat mich doch gerade ab ich kann nichts machen ja danke spiel schön die runde versaut ich bin glaube ich sieben mal hintereinander vor diesem scheiß vorderband weg gefeuert worden über die rutsche weggefeuert worden